hallöchen und herzlich willkommen zu little hidden city soweit ich weiß ist das glaube ich ein suchspiel aber ich habe keine ahnung wir schauen einfach mal ja ein suchspiel das müssen wir wohl alles finden nicht der hus oder das heft die tasche eine lupe muss irgendwo sein da ist eine lupe das teil irgendwo hängt oder städten regenschirm koffer gürtel ok ich kann ja noch so bisschen umher schwenken ist nicht so dass es das jetzt einfacher macht im gegenteil pfeife das regenschirm pfeifenden gürtel der gürtel muss irgendwo drüber hin da haben wir die pfeife die teil so ist ob da irgendwo drüber gegangen ist der gürtel ist ja auch mal ganz interessant dass es hier ein spiel ist ohne irgendwelche erklärung der winkt mir die ganze zeit da kann ich hier auf weiter drücken und ich glaube das wird immer schlimmer von dem was wir finden müssen diese geräuschkulisse vor allem fahrrad kinderwagen ist er auf eine koffer kinderwagen ein paar schuhe steht da das schild ist da die zeitung und es sieht aus wie koffer okay aber irgendwie einfacher jetzt als das erste mal gucken wie lange ich insgesamt dafür brauche ich plan einfach mal so insgesamt eine viertelstunde ein vom ähm dings her vom video ok auch aufmachen oder noch gummistiefel die stehen da die ist keine brauchen und nicht so so ein blümchen im töpfchen eine leiter ist sie gut versteckt die leiter so das haben wir auch das sieht aus wie ein ring oder noch reifen so das ist so 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 Da war die Blume Keine Ahnung was das sein soll Okay, das ist das Dann brauch ich noch die Gießkanne Und das Runde Die Frage ist, was ist das Runde? Uh, ich kann auch rein und raus Scrollen Okay, das ist das Runde Und das Runde Das Runde Dann werde ich ganz schön Dann Das Runde Und hmm boah ist die gut versteckt gewesen erst mal rausfinden was es ist ein geschlüssel kappel muss ich ja mal so sagen fisch was also ist klar versuch mal zuerst das erste zu zu diensen fertig zu machen so der mantel und stück fleisch könnte das sein sieht aus wie wie halt fenster oder irgend sowas so 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 offener karton schuh und dose haben wir die dose wo wäre ich wenn ich ein schuh wäre wahrscheinlich an einem fuß aber die königste schuhe nicht tragen ein dreck ganz ehrlich ich bin das ist auf jeden fall was wo man sich dann bitte ja wo man bitte den gehirnschmalz arbeiten lassen muss so haben muss wo man bitte mit mich mit gehirnschmalz rangehen muss ist aber schon krass ich lasse es jetzt aber dabei ich weiß nicht ob es bloß diese sechs dinger sind oder ob es da mehr gibt könnt ihr euch ja selber mal anschauen und naja bis den haut rein und tschüss